herzlich willkommen zu einer neuen folge fortnite heute werdet ihr einen kleinen live stream ausschnitt sehne zum thema roboter wir hatten heute eine super nice runde mit den robotern geholt das ganze habe ich für euch ein bisschen zusammengeschnitten ich hoffe es gefällt euch auf jeden fall ja schreibt mir gerne in die kommentare was ihr von den robotern haltet meine meinung werdet ihr am ende des videos sehen und ja falls euch die videos hier gefallen lasst gerne ein abo und like da vielleicht schaffen wir sogar bis ende des monats 100 abonnenten wäre auf jeden fall super nice und schaut gerne dann auch im live stream vorbei um solche ausschnitte auch direkt live zu sehen würde mich auf jeden fall freuen und dann viel spaß mit dem video schule ist einfach nur langweilig ist so vor allem die meisten fächer braucht man später gar nicht wollen wir uns direkt saufpacks können ja minis alter was ist das ich habe mich geschossen und er schießt also habe ich ja wohl doch als hast du doch geschlossen welcher season spielst du eins also seit dem ersten tag hat er jetzt noch komplett rein gesucht was hast du auch noch irgendwelche seltenen sachen ja halt nur den banner ich habe mir damals nichts gekauft zu arm um sich etwas zu kaufen ja wir haben so ein luck aber wieso sollte man auch in unserem newcomer spiel ja trotzdem sind zwölf euro man gibt ja eigentlich nicht für ein newcomer spiel erst mal instanz zwölf euro aus obwohl es kostenlos ist und man muss noch und man muss noch ja das hat man ja na wobei ja doch hat man schon geschafft denke ich da ist einfach ein roboter drin ich kann damit gar nicht umgehen aber dann könnt ihr ja steuern die zwei dann laufe ich hinterher naja damit triffst du wenn ich da als save damit treff ich auch nicht ja kann ich mitnehmen dem kann man nicht haben wir haben einfach sechs biggis ist gut und zehn minis und zehn minis oh ja schütze ist alles und gestern im arena solo es war so löcherlich ich war in einem haus ja ich habe mich gehört er hat das ganze haus weg gesprengt und mich mit ist mir gerade auch passiert der roboter ist zu anbällen auto acht jetzt schon sollte das auto machen vielleicht auch anders sein da wurden ein paar mit dem biechstabfeil hier oben ist noch eine kiste die gönig mir noch ein biggie kann ich nicht mitnehmen kann ich auch nicht mitnehmen ne ich auch nicht ist auch egal alter wir haben 700 biggis hast schon nicht ganz aber da bräuch ich mal 700 biggis das war auch geil oder zumindest 700 biggis das wird mir auch schon reichen oh jump head geh mal weg geh doch weg den solo macht mal so gute punkte da bleiben welche ja ok komm Lars lass zu dings und wir können mich auch einfach max nennen die bitte äh ihr könnt mich auch einfach max nennen ok was ein jump das ist noch ein mini äh ja ne nein das weiß nein da reicht nie double kill double kill ne ist gut alter was ne kacke ist so lächerlich saobalance da ist so scheichs die tun mir so leid jetzt die ala mir tun die auch komplett leid ja habt ihr sniper brum ja 42 Warte, ich hab 142. Ah, gut, dann mach das. Hier. Hab gedroppt. Alter, es leben auch einfach nur noch 5 Gegner. Also, ja. Hä? Jetzt schon? Was? Lass mal Zone. Ultimate Jump. Wenn wir jetzt noch einen mit dem Roboter töten. Oder so ein Duo mit dem Roboter jetzt noch töten. Wär das schon geil. Und dann noch die letzten einfach irgendwie töten. Haben wir schon Top 4? Ja. Müsste ich. Einfach Täse hier in Zone. Soll ich auch einen Roboter holen? Moment, das ist ein Trio und ein Duo. Nee, lass. Soll ich auch? Wenn du willst, kannst du es machen. Da ist noch ein Biggie. Da sind zwei Biggies noch. Und ein Jump-Head. Ah, ich werde von irgendwo der Snipe. War noch ein Scar. Da ist noch ein Jump-Head. Und in dem Haus sind noch zwei Biggies. Unten ist auch noch einer. Alter. Alter. Ach, nee. Alter. Einen sind Gegner. Ja, nice. Wo? Jump. Das ist ein Trio. Das ist der. Oh. Jump. Ja. Ich hab Gefühle nicht. Nice. Ja. Easy kill. Drei Gegner noch. Ich hab den Rocket Launcher. Ja, zack. Drei Gegner noch. Ein Solo und ein Duo, glaube ich. Ja, muss sein. Ja, wir hatten ja vom Trio zwei. Wir hatten vier und dann haben wir noch zwei Leute getötet. Hashtag Roboter Balance. Wir hatten nochmal zwei Leute. Das war absolut. Also noch ein Duo und ein A. Komm. Der muss ja irgendein Lootlag sein. Komm, Tidit. In der Luft. Nein. Schade. Puh. Noll, haben wir gerade unseren eigenen Roboter? Ja, wir machen uns zum Glück selbst keinen Schaden. Naja, sonst wären wir schon längst tot. Ich glaube, wir haben uns irgendwie schon fünfmal selbst getroffen. Ja, ich weiß. Hätte ich doch irgendwann fliegen sehen. Ja, geht machen einfach fünfmal Schaden. Ist so. Wenn die so 20, das wäre sogar noch voll okay, würde ich sagen. Viel zu viel noch. Ja. Zehn. Solo gegen Du, gegen Trio. Solo, Du, Trio. Nice. Ja, so. Stell dir vor, es wäre jetzt Trio, Solo, Solo. Solo. Drei Solos und ein Trio. Das wäre es einfach. Okay, keine Ahnung. Hier ist niemand. Naja, da ist bestimmt wer drin. Da fliegt wer. Hit. Ey, ich möchte wieder schützen. Ja. 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 Get fucking ripped. Ist weit. Ach da. Da habe ich ihn. Skillvoll inviniert. Easy. Ja, Trio gegen. Trio gegen Du. Ich habe null Kills. Ich habe auch null Kills. Alter, uns haben gerade richtig viele einfach. Warte, warte. Tanz mal, Tanz mal. W-Heiß-Hickle-Damp. Aber erst, wenn wir gewonnen haben. Da unten ist, glaube ich, jemand drin. Da wurde gerade eben gebaut. Ja. Skillvoll. Mach den Damp-Pumps. Mach den Damp-Pumps. Ich habe sieben Eliminierungen. Einfach skillvoll. Ich habe gesehen, ich habe gesehen, die haben da gebaut, sind nirgends in der Nähe, müssen also da drin sein. Ich stampf einmal rauf. Der Roboter, der Roboter ist so null. Ist gut. Was war das für eine Rolle? Einfach normal. Ja, ich hatte sieben Kills. Wie viele hattet ihr? Null. Ihr seiten Stealer. Oh, ihr seid voll kacke. Alter, das Ende war aber, das Ende war geil. Das Ende war wirklich geil irgendwie einfach. So. Auch wenn es komplett, ist komplett unfair einfach. So absolut unverdient. Wie kann man so unverdient eigentlich gewinnen? Ja. Gut.